Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Nicht nur Apple Intelligence, diese neuen Funktionen, sperrt iOS 18 in der EU. Mit der Einführung von iOS 18 hat Apple nicht nur neue Funktionen in sein mobiles Betriebssystem integriert, sondern auch diverse Änderungen vorgenommen, die speziell für die EU-Nutzer von Bedeutung sind. Es ist bemerkenswert, dass einige dieser Funktionen, die in anderen Regionen verfügbar sind, in Europa nicht genutzt werden können. Dies steht im Zusammenhang mit verschiedenen regulatorischen Anforderungen und Datenschutzbestimmungen, die innerhalb der Europäischen Union gelten. Zu den am begrüßtesten Funktionen von iOS 18 zählt Apple Intelligence, ein KI-gestütztes Tool, das das Nutzererlebnis personalisieren soll. Berichten zufolge sieht Apple es als essentiell an, das Datenmanagement in der EU zu verschärfen, um den strengen Datenschutzgesetzen Rechnung zu tragen. In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass die EU beim Umgang mit persönlichen Daten besonders hohe Standards setzt. Das führt dazu, dass Nutzer in der EU möglicherweise nicht in vollem Umfang von dem innovativen Funktionsumfang profitieren können, den iOS 18 bietet. Des Weiteren wird erwartet, dass einige Funktionen, die auf KI basieren, eingeschränkt oder gänzlich nicht verfügbar sein werden. Experten mutmaßen, dass Apple seine KI-Dienste so anpassen muss, dass sie den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, gerecht werden. Forschern zufolge könnte dies dazu führen, dass die Möglichkeiten zur Verarbeitung und Analyse von Nutzerdaten drastisch beschränkt werden, was wiederum die Effizienz der neuen KI-Features mindern könnte. Zudem ist es nicht nur die KI-Technologie, die von den Regulierungsmaßnahmen betroffen ist. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Auch andere Funktionen, die in Ländern außerhalb der EU ohne Einschränkungen verfügbar sind, dürften unter den neuen Vorgaben leiden. Analysten haben bereits darauf hingewiesen, dass Apple wahrscheinlich beschleunigen könnte, um diese Probleme in verschiedenen Regionen anzugehen. Vor allem in Bezug auf Sicherheitsfunktionen und die Integration von Drittanbieterdiensten. Kritiker bemängeln, dass Apple durch diese Entscheidung, Funktionen zu sperren, den EU-Nutzern ein unvollständiges Erlebnis seiner Software bieten könnte. Manche Nutzer könnten darüber enttäuscht sein, dass sie nicht alle Funktionen nutzen können, die in anderen Märkten erlaubt sind. Es bleibt abzuwarten, wie Apple auf diese Herausforderungen reagieren wird und ob es möglicherweise zukünftige Anpassungen in seinen Produkten vornehmen wird, um den europäischen Markt besser bedienen zu können. Trotz dieser Schwierigkeiten wird erwartet, dass Apple weiterhin bestrebt sein wird, innovative Funktionen zu entwickeln, die den internationalen Standards entsprechen. Doch der Umgang mit den regulatorischen Rahmenbedingungen in der EU bleibt eine Herausforderung, die nicht nur finanziellen, sondern auch technologischen Einfluss auf die zukünftigen Entwicklungen haben könnte. Autor Anita Farke, Donnerstag, 19. September 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. So ein Einfluss auf dieğı' und den kühlt zu erstellen, dass wir den identifiziert werden können.